Moin, liebe HSV-Fans und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Unter der Lupe, der Admiral Bett-Analyse, passend präsentiert von unserem Partner Admiral Bett. Ihr habt die erste Folge sehr gefeiert, habt uns ordentlich positives Feedback gegeben, daher starten wir jetzt in die nächste Folge und dazu begrüße ich ganz herzlich unseren Co-Trainer, Merlin Pozzin. Moin, Merlin. Moin, hi. Merlin, daher an dich erstmal die ganz allgemeine erste Einstiegsfrage. Wie sieht die Spielanalyse bei uns im Team eigentlich aus? Genau, die Spielanalyse bei uns im Trainerteam ist wie folgt aufgeteilt. Wir haben zum einen, wie hier abgebildet, natürlich uns als Trainer, die im Bereich der eigenen, aber auch der Gegneranalyse sehr viel arbeiten und haben gleichzeitig aber auch mit Eduard Riesen und Dirk Volker zwei Spielanalysten, die uns tatkräftig unterstützen. Die, ja, sowohl, wie eben schon angesprochen, unser eigenes Spiel als auch den Gegner versuchen, permanent auseinanderzunehmen, beziehungsweise in Details sehr, sehr akribisch unterwegs sind. Und so teilt sich das Ganze dann auf, dass wir zum einen uns als Trainer haben und zum anderen aber auch dann die Jungs in der Expertise, in der Analyse. Wir sehen es hier jetzt schon auf dem Screen. Spielanalyse scheint auf den ersten Blick eigentlich ein einfaches Wort, was sich hier aber in sehr viele unterschiedliche Dateibereiche oder Bereiche aufteilt. Kannst du uns die ungefähr erklären, worum es hier jeweils geht? Absolut. Du hast es schon angesprochen, dass die Spielanalyse in viele Unterpunkte dann unterteilt ist. Das bedeutet zum einen, wie hier zu sehen, dass, oder unser HSV-Spiel steht natürlich an oberster Stelle. Das bedeutet all das, was unsere Prinzipien angeht, was Standardsituationen angeht, was die Analyse von einzelnen Spielphasen auch angeht. Das ist der eine Bereich. Dann haben wir die Gegneranalyse. Wir wollen vom Gegner immer alles wissen, sowohl was er mit dem Ball macht, gegen den Ball macht, aber auch was die Einzelspieler für Stärken und Schwächen haben. Also da versuchen wir wirklich jedes Detail dann auch in unsere Arbeit einfließen zu lassen. Das Gleiche gilt für die Trainingsanalyse. Das bedeutet, dass jede Trainingseinheit bei uns gefilmt wird. Wir bereiten sie dann dementsprechend nach, was Einzelspieler angeht, was aber auch dann die jeweiligen Trainingsschwerpunkte angeht. Dazu haben wir noch die Individual- und Gruppenanalysen. Das bedeutet auch da ein eigenes Spiel, beziehungsweise die eben angesprochene Trainingsanalyse wird dann für jeden einzelnen Spieler vorbereitet und mit dem Spieler im vier- oder mehräugigen Gespräch dann besprochen. Wir haben Gruppenanalysen, das heißt beispielsweise die Viererkette, die Defensive zu einem bestimmten Schwerpunkt, wird dann in einer Gruppe zusammengefasst. Wir wollen dann über gewisse Dinge sprechen. Die können aus unserem eigenen Spiel stammen oder aus dem, wie in dem nächsten Bereich zu sehen, aus einer Benchmarkanalyse, wo wir uns dann zehn von anderen Mannschaften anschauen, von anderen Spielern, um auch von denen zu lernen, weil es, wie angesprochen, um einen permanenten Lernprozess geht. Und gleichzeitig spielt natürlich auch die Datenanalyse für uns ein wichtiger Baustein. Das heißt, wir haben verschiedene externe Partner, die uns mit gewissen Daten dann beliefern, wo es auch darum geht, dass wir versuchen, einfach all das, was unser Spiel anbelangt, abzudecken und das dann in unsere tagtägliche Arbeit einfließen zu lassen. Wir werden uns jetzt heute in der Folge hier um zwei Dinge genauer beschäftigen. Einmal das HSV-Spiel und einmal die individuelle und Gruppenanalyse, in die wir jetzt direkt einsteigen werden. Wir starten mit der individuellen Analyse und wir machen das Ganze am Beispiel von unserem Sechster Jonas Meffert. Wir haben uns im Vorhinein darüber unterhalten, dass es auch um Kriterien geht, die ein Spieler erfüllen muss. Sind diese Kriterien für alle Spieler gleich oder gibt es da auch Differenzen zwischen einzelnen Positionen, einzelnen Spielergruppen, anderen Dingen? Absolut. Unser Fußball ist so aufgebaut, dass wir an oberster Stelle die Werte haben, für die wir als HSV, als Mannschaft stehen wollen. Darunter folgen dann die Prinzipien. Das sind gewisse Dinge, die im Spiel mit und gegen den Ball dann immer gelten, unabhängig vom Spielstand, von Spielminute, vom jeweiligen Gegner, Heim- oder Auswärtsspiel. Das ist völlig egal. Darunter gibt es dann gewisse Dinge, die sowohl für einzelne Spielphasen für uns wichtig sind, aber auch für den einzelnen Spieler. Und definitiv ist es dann so, dass die sich unterscheiden, je nach Positionsgruppe, weil natürlich für am Beispiel Jonas Meffert für den Sechser gewisse Dinge wichtiger sind, beziehungsweise häufiger im Spiel vorkommen, als dann für einen Flügelspieler oder einen Außenverteidiger. Genau, und dieses erste Kriterium, was du uns herausgearbeitet hast, das werden wir uns jetzt mal ansehen. Wir können gerne die Szene laufen lassen, das ist aus der Hinserie gegen Bielefeld, das Auswärtsspiel. Und du kannst gerne mal beschreiben, was macht Jonas Meffert da. Es ist nur ein ganz kurzer Clip, aber... Genau, wir haben hier, Stopp einmal, wir haben hier, wie eingeblendet, Jonas im Sechserraum positioniert. Wir haben den Schwerpunkt, wenn wir jetzt einmal langsam weiterlaufen lassen, dass die Spielfortsetzung von ihm Stopp, dann in dem Fall mit dem Rücken zum gegnerischen Tor erfolgt. Und wir wollen mit unserem Sechser im besten Fall immer wieder eine offensive Fortsetzung haben. Unser Schwerpunkt war dann daraus, du hast es schon angesprochen, dass in der Hinserie diese Szene stattfand, dass wir mit unseren zentralen Mittelfeldspielern immer wieder daran arbeiten wollen, was die Positionierung im Raum angeht, was dann natürlich die Ball- und Mitnahme angeht, aber vor allem, was vor der Ballmitnahme passiert. Das heißt, die Orientierung, das sogenannte Spielfeldscan, war ein großer Schwerpunkt, den wir mit Mefo immer wieder versucht haben zu trainieren, beziehungsweise immer wieder einzufordern. Und ja, ich zeige euch dann gleich mal, was daraus geworden ist. Genau, du sprichst es schon an, Spielfeldscan, und ich glaube, die Szene ist dafür ganz exemplarisch, das ist aus dem Wintertrainingslager. Genau, wir haben hier einfach mal exemplarisch dann Mefo mit einer Kamera gefilmt, die extrem nah dran ist, wo es einfach nur darum geht, zu sehen, wohin schaut er, beziehungsweise wie schaut er, wie ist er positioniert. Und wir sehen es dann eingeblendet, es sind dann jetzt schon innerhalb von 10, 11 Sekunden auch wirklich dann 11, 12 Blicke, die er immer wieder für die Spielfortsetzung wählt. Stopp. Und für uns ist es ganz entscheidend, dass wir es immer wieder schaffen, als Spieler, der nicht unmittelbar in Ballbesitz ist, zu überlegen, beziehungsweise zu überprüfen, wie wird das Spiel fortgesetzt. Wie muss ich mich positionieren, dass ich den Ball bekomme? Vielleicht muss ich mich aber auch anders positionieren, falls wir einen möglichen Ballverlust haben. In dem Schwerpunkt geht es jetzt bei uns darum, dass wir mit Mefo dann sowohl in komplexen Spielformen, die wir permanent im Training drin haben, aber auch in isolierten Formen, dann darauf achten, was passiert vor der Ballan- und Mitnahme. Wir haben hier ein Trainingsbeispiel, wo es darum geht, wenn wir einmal stoppen nochmal, wo wir den Ball immer wieder auf Mefo spielen. Es steht in einem ganz engen Raum, es ist kein aktiver Druck da durch den Gegenspieler, sondern eher durch Provokation, was Signale angeht. Ein Signal ist dann, dass wir ein Leibchen zeigen, die Tore haben unterschiedliche Farben, auf welches Tor gespielt werden kann. Das andere Signal ist auf der Ballfernseite, sprich in dem Fall jetzt, wenn wir noch einmal zurück machen, der Spieler, der im Ballbesitz ist, der eine Spieler, der Spieler auf der Ballfernseite, wenn wir es einmal durchlaufen lassen, ist der, der ihm das Signal gibt, wie das Spiel fortgesetzt wird. Da gibt es dann die Option, den Ball klatschen zu lassen oder wie jetzt in dem Beispiel, den Ball nach vorne mitzugeben und dann die Spielfortsetzung dementsprechend offensiv zu wählen. Welche Herausforderung ist das für einen Spieler, die ganze Zeit in seinem Kopf das Spielfeld auch zu scannen und sehen neben der Fokussierung auf dem Ball eben auch alles um sich herum im Fokus zu haben? Die Herausforderung ist extrem hoch, weil auch da der Unterschied zu vielen anderen Ballsportarten ist, dass wir sowohl mit dem Fuß spielen als auch den Kopf oben haben. Häufig hast du es so, dass du beim Handball, beim Basketball eher alles in dem Bereich abläuft, was auch in deinem Sichtfeld ist und im Fußball musst du immer wieder den Blick haben, der nach unten zum Ball geht und dann wieder hoch zum Spielfeld. Dementsprechend ist es extrem anspruchsvoll. Zusätzlich kommt bei Mefo noch hinzu, dass er den Druck von allen Seiten hat. Sprich, es kann jemand von hinten kommen, es kann jemand von vorne oder von links und rechts kommen. Und wir versuchen es dann immer wieder in Trainingsform wie dieser, ja, dann zu provozieren, dass durch gewisse Farben, durch Signale dann Stress in seinem Kopf ausgelöst wird, um da dann möglichst eine technisch saubere Umsetzung der gewünschten Aktion zu haben. Wir haben, wenn wir dann mal eine Szene weitergehen und wie jetzt in der Szene zu sehen ist, dass er permanent am Schauen ist, sich gut positioniert, den Ball annimmt, auf die andere Seite spielt. Ja, wenn wir in der nächsten Szene sind, dann haben wir da auch wieder das Beispiel, das ist vergleichbar mit der Trainingsübung Stopp. Wir haben Mefo hervorgehoben, ihr seht Mefo jetzt mit dem Lichtkegel. Das ist der eine Spieler, der ihn anspielt und das Signal für ihn, was eigentlich passiert, wenn wir langsam weitermachen, ist aber eigentlich dann auf der anderen Seite. Er spielt ihn, kann ihn locker reinspielen. Nochmal zurück, dass wir es im ganzen Durchlauf haben, weil Mefo jetzt, wenn ihr genau darauf achtet, jetzt schon schaut, was nach vorne passiert. Da war der Blick und das ist der entscheidende Moment, um dann auch das Spiel nach vorne fortzusetzen und eine ganz andere Spielfortsetzung, als wir sie in der Bielefeldszene noch hatten. Welche Rolle spielt eben das Spiel im Ballbesitz, aber ohne den Ball für den Spieler im gesamten Spiel? Ja, eine extrem wichtige, gerade für unser Spiel. Wir wollen immer den Ball haben, das ist unser oberstes Credo. Wir wollen variablen Ballbesitz haben und es immer wieder schaffen, den Gegner zum Zweifeln zu bringen. Das bedeutet, immer wieder durch unsere angesprochenen Prinzipien, um mit gewissen Abläufen, die wir im Offensivspiel dann haben, immer wieder dafür zu sorgen, dass wir Torgefahr erzielen wollen. Geduldig, aber wir wollen dabei zielstrebig sein. Und dann gilt es natürlich, gerade für zentrale Spieler, wie es in dem Fall jetzt Mefo ist, dann auch immer wieder den nächsten Schritt vorauszudenken. Zu wissen, okay, was passiert, wenn ich den Ball bekomme, wo ist der Raum, der aufgeht? Das sehen wir später noch in den mannschaftstaktischen Details. Aber es ist für den einzelnen Spieler extrem wichtig, den nächsten Schritt einfach schon im Kopf zu haben. Merlin, dann erstmal danke für die Einblicke. Als Abschluss, ihr arbeitet immer weiter oder gibt es für euch irgendwo ein Limit, wo ihr aufhören sollt? Oder gibt es irgendwo die Perfektion, die ihr erreichen wollt? Oder wie sieht das für euch aus? Ich glaube, Perfektion ist gar nicht das, was wir anstreben, sondern eigentlich geht es darum, wirklich wir als Trainer wollen uns natürlich verbessern, aber im besten Fall schaffen wir es, wirklich die Jungs immer und immer und immer wieder jeden Tag ein Stückchen besser zu machen. Und das ist der Anspruch, den wir haben, wir als Spielanalyse beim HSV, dass wir es schaffen, in Details zu arbeiten, dass wir permanent offen sind, auch für, in dem Fall, Dinge, die vielleicht noch nicht so gut laufen, beziehungsweise Kleinigkeiten, die wir in dem Fall dann anpassen können. Unser Ziel ist es da, natürlich am Ende möglichst viele Punkte zu holen, möglichst viele Spiele zu gewinnen, aber auch jeden einzelnen Spieler hier beim HSV zu entwickeln, zu begleiten und besser zu machen. Das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Schlusswort und wir sind wahrscheinlich alle gespannt auf dem Weg, wo uns der auch immer hintreiben wird. Vielen Dank, Merlin, dass du heute Gast warst hier bei uns. Und dann vielen Dank an euch alle zu Hause fürs Zuschauen. Schreibt uns gerne wieder in die Kommentare das Feedback zur Folge. Vergesst nicht, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Und ansonsten verbleiben wir wie immer mit den drei Worten zum Schluss. Nur der HSV. acidbomögen, der weiß noch nicht, dass das Tfil-Kanal zu machen. Also, das ist ein Teil des Eritus-Kanal, der wir sie neu genießen. Und dann erst mal wirklich, oder? wirklich sehr gut nachdenken. Und dann die Rettungs-Kanal zu verbreiten.